die Jungs uns nicht diesen Klängen willkommen zum ja 2 9 2 3 3 4 3 4 4 die Strecke der Mann und so das ist toll das Volk ist ein kleines Kindes zumal St um die Strecke der Mauer zu machen die Strecke die Kiel das ist Lala Lala immer schneller zieht an mir vorbei verdammt Moment wie ist der Hand? Humpf 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 Unser Talent kommt Humpf 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 Ha 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 2 Millionen Oh, Jahre bleiben So, genau Ok Tox Wider Sind separated Mor Venez Von Spieg in 1 2 1 1 1 Was, Millionär? Wie, Millionär? Wie, Millionär. Ah, letzte Transparenz. Okay. Mal gucken. Wo ist das? 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 So, ähm. Ja, ich weiß nicht, aus wie es das Play auch betroffen ist, aber ich sag's einfach mal. Äh, ich habe letzte Woche so, aus Versehen Dings gemacht, aus Versehen, äh, ein paar Dings, Videos gelöscht, bevor sie abgelostet waren, und, ja, dann waren sie halt weg. Und, ja, okay. Verdammt, ich bin Farbenblind. Verdammt, ich bin Farbenblind. Weil es das Ruch, den ich seh. Nebel zieht übers Land. Trotöne rufen sich. Und, ja, okay. Und, ja, okay. Ich bin nämlich, Messi steht durch. Ronaldo steht unter Messi und, äh, und, äh, Ronaldo steht nicht immer. Wo man kann auch so noch gehen. Ok. Ja, ich weiß, dass sie hat mir eben schon. Jawohl. Ja, wir haben nur die Top-Transferes gehört. Oh, uuuh. Ein Tag vorbei, nur du sollst heute siegen. Ein Tag vorbei. Ja, heute gegen die, 2 2 2 3 ja warum soll ich 2 3 3 1 jetzt wahrscheinlich habe durch die Musik habe ich jemanden voll und der ist darfst du das und darfst du und die 2 3 ja verdreht sich nicht so gut naja ich bin generell eh das ist so oder so von so einfach nicht so überzeugt so das heißt ich werde ab sofort auch immer mal so ein so ein Eugchen Euglein hier auf diese Tawelle hier richten ich bin dabei alles besser zu machen auf die hier 2 1 wo darfst du jetzt so weit unten steht boah die Niederlage aber dann gegen wie stark okay 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 ich will dafür keine Antwort auf die Frage ich würde ihm sogar lieben können entgegen ich werde sagen ich bin ich bin also auf diese Tabelle schienlich ist ab und zu glaube ich mal auf die Frage ja genau wie auf die Spiele oder ja aber aber im großen und ganzen konzentrieren wir uns hier auf diese Tabelle boah ich weiß halt wie wie ich auswählen kann welches Lied ich hier wechsle ähm nimm mal das da nimm mal so 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 1. Mannschaft ok Vorsitzklina verletzt ok 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 2. Mannschaft wie sieht es hier ab Kuba Rudry Pingu hallo kiesbauer Jemezowitsch Kair Kair Kiefer Oh Das ist ja Richtig Ist der Ja ja ich glaube das ist hier Alter was ist 64 Stunden 70 der ist fast so gut wie Schiebe alles klar und der ist echt hier auf die schade so dann würde ich mal sagen Go wir haben ein Spiel 3D spielen natürlich ja und dann werde ich gleich kappen und zwar jetzt und ähm bis gleich 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 Der Countdown läuft und ich suche wieder mein iPad weil weil ich wieder so unprofessionell bin und direkt Schuss Schale Schale ist besser gewesen dann stelle ich mir um 3 3 4 5 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 vielleicht eher was gewohnt Alka Augsburg es wird gerade gegen den Schalke ich so umgelegt weil jetzt die Erkrankung spielkonzentrieren immer weiter kein Paul es gibt zu Kanzler Mr. King Dr. Rupp U U U er trifft er hartlich und dann trifft er so muss es doch sein und nun ist er gegen das mitglied der auf der auf dem der auf Mr. King Hauptsache der trifft ich sag doch so auf und jetzt sind es dagegen ich kann nicht und ich bin nicht nicht mehr schon zu tun ich kann nicht mehr und zurückgegangen ich bin ich mache mir keinen kann von dem mal kommen daher oder ganze los und spiel von Kronen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Harley Juuu Man ich muss Alter wer ich glaub das bei der Harley einfach geil das ist unter GEMA sonst will ich das als Dings nehmen Boah zum zweiten Mal sollte er ein Toi mal machen also wie eben halt per Elfmeter würde ich dies als Toi äh Tormusik für ihn machen was mein Radio kann was Boah Neymar mit freier Bahn und spielt rein und Tram krägt schon Tor Neuer so geht's Er ist sauber um die Kräste und dann doch Außenstand und unsere Tormucke enthielt zum vierten Mal auf auf zu gehen der Stuhl ich wollte gerade zu sagen Warten ist doppelt mit dem dort 4 4 44 Minuten gespielt doch sehr interessant um jetzt nicht mehr ich meine Hardi Held was zu halten geht muss man mehr dazu sagen ne ich glaub nicht was Ultimate Team für Ronaldo rote Karte für Ronaldo oh mein Gott ach es ist ja im Moment Copa del Rey ok stimmt ja ok ok also sollst Real Madrid ohne Ronaldo naja halbzeit ergebnis 4 0 damit kommen nicht auszufrieden sollen ich bin ich bin total mitzufrieden ich bin in der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf genau so wenn man schlecht Kronki ist schlecht motivieren sepp motivieren Hali schuldig schuldig der geht der geht platt und zu motivieren ich loben nochmal der geht um uns motivieren so und jetzt mal so jetzt gucken nö muss doch keiner rein m boah die 14er Form alte huu ob man den dann nochmal wegkriegt das ist bezweifelig ey das muss ich so sagen das ist bezweifelig Piero kommt nicht ran Kanzler jawohl jetzt ganz ruhig wo er wollte er mit dem triggern Pilo kriegt erst mal die Leute um so muss es nicht sein oh da wäre HDI ne ne da wäre HDI ne 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 die in die den h non 85 kommt noch der Leiter nicht 50. Minute gehen wir jetzt auch mal die Wechseln mal ich wechsel mal Pilo raus dann haben wir schon mal ein weil ich meine ihr seht sie ja bevor mir wirklich irgendein härteres V-Macht und verplatzieren also oder auch zu Ballverteiler und so never ich habe kein Bock mehr so wie das liegt Mr. King am Rückmarsch und Sepp Hulten der spielt schön raus auf Bram aber der vertreibt schade die muss waren die muss waren die muss kommen und dann haben wir es das Spiel bitte zu mir gespielt ja seht ihr da muss Piet ran und da muss eigentlich auch noch ein Verteidiger stehen ich habe jetzt nicht gesehen welcher Gefäder ich glaube es war Kronk oder Kanzler einer der beiden hat auf jeden Fall an dem Mann gefehlt und ja das kam dann nur zu gut da kann leider unsere Mautze Katze auch nix machen ja unsere Mautze Katze Mautze Katze Mautze Katze die ganze Zeit um 30 ist auch so zu tun und er wäre schön gewesen Nikola Täter auf Mr. King der auf dem Ort und also doch gut das 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 warum gehen denn rein nochmal dies nein man ich komm krong sauer so will ich das sein ja die Fans singen schon auf Wiedersehen und Flöchen hier mit absolut perfekten Trippling aber dann mit so einem läppchen Ball und komm nein schießen doch rein Alter jetzt wird sie gerade jetzt wird sie gerade zum spielerisch also da tue ich hier ich glaube ich bringe Özil ne ich bringe Ronaldo ich bringe Ronaldo jetzt mal so was haben wir noch wir brauchen wir können noch einen auswachsen machen das heißt ich hole jetzt noch mal mit ich würde nichts tun zu können gehen sehr gut dann kommt er jetzt da rein dort woche Ja mit Christian kommen weil das war mir grad viel zu verspielt ich stehe zwar also ich mag zwar wenn die ein bisschen tricksen aber so viel war gerade zu macht das war gerade tun dass das hier unser kleiner Flöhrchen da so gut durchgekommen ist das hätte ich jetzt nicht gedacht aber dann kam dieser läppische Ball anscheinster Sommer einen richtig guten schnellen vielleicht noch einen harten Ball dazu gespielt nein wir müssen langsamen Kulaball das war nicht so hoch als er steht immer voll und fixen noch ein Nitz nutzt die jetzt nutzt die das wird so in den Job machen können Nupfer und auch mit Zunberg und dann steht man schweinsteiger passt auf der auf und probiert aber schweinsteiger hatten schon schweinsteiger er wird da unglücklich zum fall gebrauchte wohl habe und drauf pietor sehr schön und sie kriegen fast fast das ist jetzt dann nur allein dann und kommt Laufheim 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 und nehmen schießt Christian Rolando Tor so im zweiten Versuch so muss das doch sein vor ganzem nur Uhr und 15 Minuten habe ich glaube oft nicht so wo war ja wo war alter wo war das rotwürdig wo war das rotwürdig würdig genau wo war das rotwürdig neiiiin ronaldo was machst du schon kackieres dazu gibt es aber auch keine geldstraf oder so sollte das jetzt eine zeitung oh man jetzt haut er uns den zweiten rein na die eintracht steht ganz unten so wie es sein muss jawohl sieg 6 2 so muss das doch sein ne darauf haben wir gewartet darauf haben wir gehofft die Highlights brauchen wir uns weiter ansehen naja live gesehen ein Tor eine Vorlage und ne rote Karte ey Spieler Saris natürlich Mr. King der 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 ergebnisse genau bayern stück 2 0 schalke 4 äh fc augsburg 5 2 bayern leverkusen gegen sd freiburg 1 0 3 2 bremen äh hamburg r sd Nürnberg gegen Borussia Dortmund geht 2-0 für Nürnberg auf, wow, damit habe ich nicht gerechnet. S4 Playstation ging 1 auf Franzo, wie gesehen, 6-2, FSV Mainz 05 gegen Sportvereinigung Kreuzberg 2-0, und Vertunen hat Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach 4-0. Dann können wir jetzt hier auch noch in die 3. Liga gucken, die Dampfschwieder, die verlieren 2-4 gegen Heidenau. Die Dampfschwieder, die Dampfschwieder gut gemacht wurden. Äh, was schafft man, wie ist das man jetzt an die Notation schafft, ich darf nicht, verraten wir uns nicht. Äh, ich bin schon von... Ja, genau. Ja, genau. Wichtig sind die Punkte, und jetzt, äh, das ist auch so, wichtig sind die Punkte. Und unsere zweite Gewinn gegen FSV 2, so muss es sein. Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen auskopf, aber ich kann ihn nicht loben. die und das die Klinik das Stratus Verletzungen das gilt alles noch klar so wer war bester Mann Klemann der will unbedingt der ist heiß aus der ersten Mannschaft das ist gut drin die Mannschaft der Woche ist wert oh Bram Jo Glückwunsch zum ersten Tor 6 Moral so 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 ahhh ich muss mich kurz an das legen zuzubeziehen so gewinnen weil ich hab zu meinem Rücken ja ich bin 15 Minuten grüppig so Abschluss so so ahh ach guck mal ja ich kann aber keinen Befantastspiel weil dann mache ich jetzt Na ja, der Autokamst du nicht, oder? Ja, Mama, die Diener. Ja, Mama, die Diener. Gehen mal essen. September. Ja, jetzt haben wir noch mal eine Autokamstunde. Ja, okay, ich kann ja sagen, wir sind in der Laune. Ja, okay, ich kann ja sagen, wir sind in der Laune. Hm. Das war krass, ja, mein Freund nach viel Leute in Deutschland. Das ist wirklich nicht so gut, dass ihr soll. 950 Millionen für Neuspieler in die Sonne. Ja, klar. Ja, klar. Oh, unsere A-Junioren gewinnen mit 3-0 gegen Leverkusen. So ist das dann. Oh, das Kapsel-Wir ist vom Beste da. Was soll ich jetzt? Wer ist denn Beste? Kohle und Sau. Boah. Ja. Es ist 1,2. Ich bin in der 6-0. Ah. Ich bin zum 6. Er bist da drauf. Ich bin glücklich. Duell Im Okur. Das war Chokle. Einmal im Okur. Ich bin in der 5. Ich bin glücklich. Das heißt, ich werde jetzt Heihe Brzeichen und hab dich und sein in der 1. Chokle. Ja, ich bin glücklich. Ja, ich bin glücklich. Vergangsschwachen Fuß Ist verletzt, okay Vergangsschwachen Fuß und Okay Angebot fürs Windrautmannerbring Oh Oh Okay So 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 es ist ich weiß ja sogar so ein und hier haben 3 73 Minuten. Ronaldo. Messi hat 79 Millionen. Ja. 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 Super. Super. Mhm. Ja. Oh, Kiesling ist verletzt. Stimmt ja. Das soll ich. Ich schiebe davon auf einen anderen. diesen fetten Beatmann. Gibt euch Böse. Ich glaube, ich stehe nicht. Wir kommen in Hollywood. So. Normal bräuchte ich euch lieber. Aber wie war das? Fick auf euch Backpacker. Was seid ihr? Ich bin Kameras. Spotlight. Infizieren. Du hast Winster Versace. Louis Vitor. Du hast Geldkoks. Und dann bin ich auch. Das ist ein Schock. Ich bin Tetscher. 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 Ja. Ich bin Tetscher. Ich bin Abschluss. Ausbildung. Natürliche Arbeit. Der Frauen den Stock gab. Sagen nicht mehr Aufreißer. Du bist Arge. Hans-Vier-Fleisch. Abschluss. Doch dein Leben ist wirklich der Ernst der Abschluss. Ich komme zu dem Entschluss. Aw. Wow. Und? Sie gewinnt 3-1. Jawohl. Und unsere convincing. Wellour gespielt. Okay, okay, okay. E-Solanglish mit der Prüfung. Okay, dann neue ich mit dem Direktor. Ich möchte jetzt den Lerbeck. Oh, ich weiß nicht, dass das Gäste gegen Pipe war. Wir haben uns wärmen jedes Wort. Wir haben uns wärmen jedes Wort. Wir haben uns geholfen, also lege ich die Vorst nieder, ehrlich. Oh, Mann, Eidolo! Traust mich! Ich bin nicht. Ich bin nicht. Das ist nicht so. Das ist nicht so einfach. Wir kommen in Hollywood. Jetzt ist willkommen. Wir kommen in Hollywood. Wir kommen in Hollywood. Wir kommen in Hollywood.